die bony schade dass ich heute nicht höre ich hätte ich hätte ich hätte eine hübsche stimme heute so gerne gehört hatten geben ja ja ich habe geben auf das ist noch die regeln so einstellen Ja, sehr schön Er setzt sich trotzdem mit Er will mit mir spielen Seid ihr drinnen? Nein, seid ihr nicht Ich hab's erstellt Ach, hast du erstellt Schön Ähm Ja, alles klar Ich bleib jetzt hier gleich im Channel Ich nehm die Chris so lange noch rein Gleich Bis er noch da ist Also bis er weg ist Und dann Jagen wir das Turnier Im zweiten Step mal weiter Heute hat Chris Die Gruppenführung verteidigt Ich glaub dann haben wir nur noch Einen Spiel offen in der Gruppe, ne? Nein Echt nicht? Ich glaub noch drei oder so Oh, ich hab das gar nicht so auf den Schirm Der Rocky muss noch gegen die anderen beiden Richtig, ja Es waren ja da drei Spiele, ne? Mh Haben wir Ja, zwei Spiele haben wir noch, glaub ich, ja Virus gegen Rocky und Rocky gegen die Blattnebula Ja Weil danach gehen ja die 2 und 2 Turniere los Richtig gut Da gehen die 2 und 2s Also für die, die die zuschauen Bei Twitch Und auch als bei Ähm TikTok Wir machen Das nächste Ähm Die nächste Turnierveranstaltung ist mit 2 und 2 Wenn ihr dann Lust habt Kommt gerne bei mir auf dem DC-Server Und dann meldet euch an Zum Turnier Wir sind mit den Zeiten immer sehr, sehr flexibel Das machen wir immer nach Vereinbarung Also es werden keine festgesetzten Terminien Weil ich meine Es ist wichtig, auch Rücksicht auf Familienväter Und auf Mütter durchzunehmen Wir haben auch Mütter dabei Und auch Nichtmütter Das ist, äh Mir wichtig Gerade für unseren Content, den wir hier anbieten Daher Wir haben auch welche dabei, die Nachtschichten machen Oder auch nicht Äh Ist ein offenes Spiel Ja Sag das doch Wie heißt der Host? McPain war das, genau So, schauen wir mal Hast du ein Turnier hochgezogen? Äh Ich zieh Äh Ich zieh uns gleich Virus, ja Ich zieh uns gleich hoch Wenn ich denen das Äh Startsignal gegeben hab Dann zieh ich uns hoch Weil sonst kriegen sie ja mein Startsignal nicht mit Wir hätten wahrscheinlich alle gleichzeitig die in Beobachtung starten sollen Dann wären wir auch synchron hier Schaut jetzt jeder mit oder wie? Ja So ziemlich So im Stream halt Aber ich mein jetzt, äh Ne, ich guck jetzt Ja 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 Beobachter Modus Gucken wir zusammen rein Und der wird moderiert Der wird mal geguckt Lachen wir uns über euch kaputt Nein, das tun wir nicht Auf keinen Fall Nee Ja Ja Also ich bin zwar jetzt im Spiel Aber die Zeit läuft gleich erst ab Ne Oh, ich hab mal ein paar Sekunden Wer fährt denn da schon wieder mit dem Sag mal Das ist fast ne Disqualifikation, du Das ist doch Äh Hatten wir das Thema nicht eben erst? Da hat Grenzehände Das hat Bordi gleich gemerkt Das hat Bordi gleich gemerkt Der ist gleich wieder zurück Scheiße, da war doch was Richtig gut Ne, 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 ne So, jetzt muss ich erst mal gucken Wo Wo er ist Also es geht ja hier schon los Ich bin ja schon direkt im Stream drin Äh Ich muss nur gerade mal gucken Wo Mark ist Bevor ich euch das Ach ne Unten links Unten links? Ja Da so Mit dich links so Ach da Alles klar Der Ja, und er fährt auch schon wieder los Dann Äh Äh Ich glaub, dass ich die bescheißen meine hier Äh Okay Let's go Startet das Ding Startet das Ding Ich zieh uns rüber Und wir hören uns später Und dann gucken wir mal Was wir dann hier so erlebt haben So, jetzt muss ich erst mal uns da hinziehen, ey Das ist immer leichter gesagt als getan, doch Ich muss nachher nochmal mit den Gerechten gucken, dass ihr da reinkommt Äh, so Richtig, ja Und eigentlich geht das erst los Und da hat Virus recht Es geht erst los, wenn ich es sage Und äh Beide kriegen von mir jetzt tatsächlich heute die gelbe Karte Hundertprozentig Ja, würde ich das halt nach dem Spiel nochmal machen Weil irgendwie gesagt Ist ja alle Spiele Ich glaub, den einen Zwischenfall, den wir hatten Äh, war mal bei mir und bei Rocky Das, glaub ich, Rocky auf den Bauch rauf gekommen Aber da haben wir das bei mir dann auch gemacht Und dann haben wir das Ja, aber guck mal eher hin, was, 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 äh, Marc macht Guck dir an, was Marc macht Ja, ja Wenn das jetzt, wenn das Borny weiß Er wüsste jetzt, ne Dass er sich direkt daneben gleich platziert hat Dann könnte Borny ihn jetzt so plätten Weil er eigentlich im Vorteil sein müsste Von der Baufrequenz her, ne Aber hier Ganz gefährlich, seine Einheiten da stehen zu lassen Da sind, da sind Fässer Ein Schuss rauf Ja Es war auch sein Bauhof da hinzupacken Nicht gerade clever Ja, ich glaub, ich glaub, ich glaub, dass Borny tatsächlich auf Waffenfabrik geht jetzt Weil der baut schon zu lange Der geht gleich direkt auf Waffenfabrik Dann ist er erheblich im Vorteil Ja, das Problem ist das, dass, ähm, Frank-Pay mit seinem Hummelfahrer eigentlich viel Zeit jetzt versorgt Ja, so, sehr viel Sehr viel Zeit Er ist aber auch gefährlich, das hier hinzupacken, ne Also sein Bauhof direkt neben die Fässer zu packen, ist Ja, siehste, Borny Ich bin ja mal gespannt, ne Also, wenn man Borny kennt, dann weiß Der ist immer auf Überraschung Äh Offen Vor allen Dingen Er lässt auch gerne mal Teampartner im Stich Borny, ich weiß, du guckst die Aufzeichnung Der war extra für dich Ich werd's nicht vergessen, dass du mich tatsächlich mal im Stich gelassen hast, indem du gleich die Liederlage kassiert hast Mann, ich musste gegen fünf andere spielen alleine Das war echt fies Und dann haben sie tatsächlich versucht, mich kalt zu machen Ah, äh Mine, übernimmst du mal bitte die Fluchglasliste, wenn du das gerade hörst Ich glaub, ich hab's schon zweimal, ähm Achso, für die, für die, die zuschauen Wir haben eine Wir haben eine Eine Fluchliste Wer flucht, muss 10 Cent in die Kasse einzahlen Und das hab ich so Die Idee kam Durch auch, durch ein Zuschauer Community-Mitglied und hat gesagt, mach das doch mal Ja, es hat sich Hat sich herausgestellt Da Ja, jetzt hat er selber dafür gesagt, dass sie wegkommt Das war schon gut Ähm Das ist sehr spannend Mit dem Fluchen Weil das kann man sich leider im Stream nicht immer einfach so Der geht nicht Der geht nicht immer so ganz einfach Mal nicht zu fluchen, ey Das ist Unglaublich So, Boni, ja Wenn man Boni sieht, der gleich Der baut Hafen, ja Ja, 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 ja Das ist Boni Ich sag ja, Boni ist so unfassbar, wenn's um Age of Empires geht Ich Äh, gegen ihn zu Gegen ihn spielen Werde ich niemals im Leben machen Nein, das war ich nicht Das ist Der hat seinen Bauhof auch wieder umgebaut Von der Brücke Hat er ihn umgestellt Ja, aber da wird er das Problem haben, dass er da keiner von der Richtung darf Hindenbaum kam, ja Der hat den Bauhof falsch gesetzt, der musste weiter rechts Ja, so ein bisschen Ja, aber er kann ja jetzt verlängern Er kann ja hier verlängern nach unten hin Und dann kann er ja sonst wo noch was bauen Guck mal, Boni jagt den ganz unten rechts in der Ecke So, hä, genau so mach ich das auch immer Ne, der ist weitergefahren Er fällt jetzt nach links Achso, Miene, wenn du nichts gehört hast, brauchst du niemanden aufschreiben Und jetzt wieder zurück Ja, jetzt weiter Könnte mir ganz gut vorstellen, dass er da unten jetzt seine nächste Base setzt Ja, ja, er versucht natürlich Landemöglichkeiten Hier hat er tatsächlich Danke für die ganzen Likes Haut in die Tasten, lass paar Likes da Das gibt uns einen besseren Algorithmus Finden wir vielleicht noch mehr Spieler, die Lust haben, daran teilzunehmen bei uns Was natürlich sehr verwunderlich ist, dass Marc heute mal mit dem Sowjets spielt Ja, das ist sehr ungewohnt Sonst meistens immer Deutschland Ja, er mag, wird aber jetzt gleich angreifen Das ist so seine Art Der lässt jetzt, der wird gleich loslegen Danke für die Follows, Okto Danke für die Follow Oh, Boni greift an Boni greift an? Bin ich euch voraus? Dann warte ich immer Ja, ja, so ein bisschen Ja, ja Klatsch Auch dir, danke für den Follow Und danke für die Likes Oh Ja, ja, das hat noch nichts zu sagen Oh, jetzt kann ich mir aber Marc vorstellen, dass er jetzt auch gleich zusieht So ey, Nautux, danke für den Follows Ja, was macht dagegen ein Griff? Ja, hab ich... Nee, ich muss ein bisschen aufräumen, ne? 1, 2, 3, 4, 6 Danke für den Follow Nee, 1, 2, 3, 4, 5 Oh, irgendwas hört sich hier verkaufen Oder einpacken Naja, er hat seine Seine Raffinerie verkauft Big Marco, danke für dein Follow Ja, achso, für die, die neu eingeschaltet haben Das ist jetzt unser 8. Turnierspiel Bei Katastrophe LP Wenn ihr tatsächlich ein bisschen mehr erfahren wollt Über unsere Community Schaut gerne bei mir auf Twitch oder auf TikTok Ins Profil, da gibt es einen Link Über Linktree, wo ihr mehrere Community Plattformen von mir findet, aber hauptsächlich Betreibe ich meine Community über Discord Bin aber auch auf Twitch gerade online Für die, die ein bisschen bessere Auflösung sehen wollen Und auf YouTube werde ich immer alle Replays von sämtlichen Streams immer veröffentlichen Daher, ich danke auf jeden Fall Für euren Support Damit tut ihr Gutes Pro Qualität Wenn du TikTok aufblitieren musst Kannst du auch die 1000 Das ist mir letztes Mal so aufgefallen Ja, ja Ich hab irgendwie bei TikTok der Sonne gestellt Das muss ich mal hochstellen Danke, dass du das sagst Das ist mir letztes Mal eingefallen Ich hab irgendwie die Auflösung Und angeschickt gehabt Ich weiß nicht Weil auf den Rechner geht's Auf dem Smartphone geht bloß 720 Ja, auf dem Rechner muss ich das unbedingt noch machen Für die Aufzeichnung Das ist gut, dass du's nochmal sagst Tatsächlich, Michael Da hab ich das Recht Das Spiel ist über Steam Aber leider nicht auf Browser Gibt es noch nicht Da, Corny Guck doch mal rechts bei der Karte Wo Borny seinen Hafen gebaut hat Das ist mir sehr lustig Oha Na Ne, das hat Mark da gerade hingebaut Neben Borny Ja, genau Richtig gut Und Borny hat aber dafür unten Schauen wir mal genau hin Er hat unten schon die nächste Base Die knapsen aber auch beide Gerade an Krudel ein bisschen Also das muss man echt sagen Jetzt haben wir ein bisschen Ressourcen-Armer gemacht War ja auch Ich fand, ich musste jetzt auch mal sein Bisschen Ressourcen-Armer zu spielen Da musste taktischer vorzugehen Aber wobei ja hier noch genug ist Ja, hier ist genug Vor allem wenn man bedenkt Die haben hier eine Diamanten Diamanten-Inseln Die bringen ja richtig viel Asche Ja, da könnten sie eigentlich Direkt rauf gehen Ja, komm mal Ich kann mir vorstellen Dass die intern irgendwas abgemacht haben Dass sie sich vielleicht Gegenseitig einen Bauhof geben Oder eben jetzt hier So die Waffenfabriken und so Ja Ich kann mir auch Vorher noch dann sagen Okay, wer jetzt hier Die größte Macht hat, ihr Winter Baby, hi Schön, dich zu sehen Und Michael Du, das wird sich lohnen Michael Kauf dir einen PC Kommen wir uns in die Community Du wirst den Spaß nicht bereuen Den du bei uns erleben wirst Denn ich mache immer so Live-Veranstaltungen Also ich streame sehr viel Wo ich dann immer einfach mal Welche aus meiner Community mit reinnehme Und mal ein bisschen Unterhaltung Ich muss nicht nur alleine unterhalten Ähm Und dann erlebt man auch Bei uns sowas denn Dass ich hier noch wieder Von der Community ein bisschen was streame Und das macht mega Spaß Ja, ja Bordy greift gerade die Äh Raffinerien an Aber so Kenne ich Bordy Ja Aber ein bisschen stecken Bisschen eher Ja Und Bordy macht's clever Er lässt die Atelier Und nämlich da oben Und so muss man das auch machen Die müssen immer In der zweiten Reihe Ach Michael, das kenne ich Meine Kinder sind jetzt gerade In so einem Alter Wo ich langsam mit dem Hobby Wieder anfangen kann Das ist richtig gut Sehr gut Das ist echt Ein spannendes Match Ihr müsst auch wissen Also die, die jetzt gerade Neu eingeschaltet haben Und Noch nicht länger Den Stream hier verfolgen Die hier Gerade bei mir mit im Stream Direkt mitsprechen können Der Chris und der Virus Obwohl als auch Die beiden spielen McRain und Bonax Wir spielen sehr oft zusammen Ja, also Sie kennen sich schon ein bisschen Äh Nur Die Taktiken Sind bei Mark Heute Äh Bei Mark Ist sie die Neu heute für mich Diese Das hat er noch nicht gemacht In dieser Art Von Spielweise Oh Direkt einfach mal Den Bauhof da reinfahren Äh Macht Boni was? Naja Das sah so aus Als wenn Boni seine Truppen Weggesteckt hat Dass er den Bauhof Platz hier hat Er ist doch Irgendwas abgesprochen Zwischen den beiden Dass sie sich da Irgendwie die Bauhöfe geben Die Baufahrzeuge aus Damit sie Mehr Gleichberechtigung haben Also was heißt Gleichberechtigung Dass sie sich mehr Einheiten bauen können Weil Gerade Die Wasserschlachten Die sind ja ziemlich beschränkt Wenn man jetzt Äh Ungute gegen Wassereinheiten Oma was Einheiten hat Ja 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 Die 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 legen gleich Aber richtig los Aber damit Hab ich jetzt Nicht gerechnet Ne Ach Hör auf Naja Tatsächlich Guck mal Er schickt die Einheiten Jetzt extra weg Ja 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 Das Spiel Ist von Steam Und heißt Common Conquer Remastered Das ist die Neu Neu Erarbeitete Version Von Red Eliard Also vom ersten Alarmstücke Rotteil Und von Temüren Konflikt Ja Aber Marc konnte sich Das entnehmen Trotzdem zu ärgern Ne Ja Er hat die Pass auf Er stellt Jetzt voll die Falle Ja Michael Danke für den Follow Costa Quarta Omni 20 Euro Glaube ich jetzt Aktuell hat Vorhin jemand geschrieben Danke für die ganzen Likes Ja Hervorragend Also die beiden Haben sich echt Abgesprochen Aber Boni Der baut unten Heimlich alles Richtig auf Schaut mal Richtig an Doch Ja Ja Da geht Nachher Was Machen wir hier Den kleinen Fützel Da Sitzen Ja Eingenommen Hat er ihn Jetzt Jetzt haben Sie Oh Ich glaube Das Die Die wollen es Die wollen es Richtig spannend Machen Heute Das wollen die Für die Die neu Eingeschaltet Haben Schaut Gerne Bei mir In der Bio Dort findet Ihr einen Link Zu unserer Discord Community Wir haben Auch noch Ein paar Mehr Veräppelt Das ist mit Sicherheit Das was ich Gerade Gesagt Hat Die haben Glaub ich Intern Pakt Abgeschlossen Meinst du Die wollen Das als Revue Mehr Bestimmt Oder Die wollen Vielleicht Das längste Spiel Machen Oder so Ja Das Genau Die wollen Das bestimmt Jetzt Richtig Aufziehen Wobei Wie sieht es In der Tabelle Aus Ich habe Die Jetzt Gerade Nicht Vor Mir Ich weiß Es Gerade Gar Nicht Wie Die Tabelle Aus Sie Jetzt Nicht Gerade Aber Borny Hat Drei Punkte Ah Ne Ja Borny Will Natürlich Aufholen Der Muss Der Muss Schon Siegen Um Erster zu Werden Also Das Problem Ist Auch Dass Sie Auch Nur 90 Minuten Zeit Haben Ich hoffe Das wissen Sie Haben Wir Schon 70 Minuten Run Nein Ich Wollte Nur Mal Sagen 90 Wir Haben Ja Ja Das wissen Tommy Danke Für Dein Verlauf Stimmt Die Haben Ja Zeit Das wissen Die Auch Die Lassen Nicht Mal Lange Fackeln Ich Ken Bronny Guck Was Bronny Da Unten Schon Wieder Produziert Der Der Geht Gleich In Die Voll Der Haut Jetzt Ein paar Waffen Fabriken Baut Er Er Hat Er Schon Drei Sogar Vier Schon Haben Gleich Ja Baut Er Meist Nach Raffinerie Jetzt Genau Oder Gleich Noch Und Dann Wird Er Richtig Gim Der Panzer Ohne Ende Hoch Ziehen Und Da geht Es Richtig Los Hier Als Gemetzel Mark Positioniert Hier Schon Oh Er Hat Aufklärer Oh Da Der Mark Der Baut Jetzt Schon Mal Die Silos Mark Eckart Die Ein Bisschen Richtig Gut Das wird Spannend Pass mal Auf Gleich Oh Basti Danke Für Die Heißen Reifen Die Haben Die Beiden Hier Die Heißen Reifen Gleich Also Jetzt Bisschen Mehr Kampf Spannung Schade Man kann Ich Schatten Oh Der Kommt Er Schon Wieder Mit Süßigkeiten Michael Hör Auf Süßigkeiten Ich Werd Noch Dicker Hier Das Kann Doch Nicht Sein Jetzt Hat Er Gemerkt Dass Von Unten Was Was Kommt War Ja Ja Aber Gerade Wenn es Am Spannendsten Ist Muss Ich Jetzt Leider Los Ja Viel Spaß Ich Wünsche Schönen Abend Ich Hoffe Ich Kann Das Mal Wiedermachen Zu Moderieren Das Macht Spaß Das Kriegen Wir Bestimmt Noch Hin Daher Entspann Dich Viel Spaß Schöne Nacht Wir Ja Man Sagt Dem Marc Der Fanclub Ist Immer Dabe Ja Der Fanclub Genau Der Fanclub Ist Immer Dabei Oh Ha Der Marc Gelegt Los Und Bordi Auch Ja Gerade Wenn es Spannend Wird Marc Geht Nach Oben Positioniert Sich Und Bordi Kommt Von Unten nach Oben Alles Klar Bis Denne Ja Hier Der Bordi Der Greifst Jetzt Von Unten Und Mit Den Kommt Er Von Der Linken Flanke Hier Von Unten Jetzt Zieht Marc Natürlich Alles Zurück Und Bonny Hat Hier Oben Gleich Auch Noch Einheiten Mit Den Wird Auch Noch Zu Lang Ja Da Die Heiß Wie Fire Heiß Wie Fetze Die Beide Heute Bonny Kommt Gerne Von Meher Seiten Man Muss Auch Sagen Bonny Ist Echt Ist Taktisch Nicht Schlecht Wenn ich In der AROE Sehe Ist das Echt Schöne Hammer Ja Jetzt Wäre Gucken Ja Er Will Die In Die Falle Locken Er Kriegt Die Gleichzeitig Da Hin Ja Er Er Will Nämlich Das Hier Hinkommen Zum Schiff Richtig gut Wenn Bonny Schiffe Hätte Und Er Nämlich Nachzieht Mit Sein ganzen Panzer Könnte Er Die Schiffe Nachsetzen Die Die Wird Nicht Mal Weggucken Ja Juni Is Reporting Ah Alright For King On Country Ah Das Erinnerung Führen Na Was Erinnerung Machen Na Was Meint Ihr Gehen Die Ersten Wetten Schon Ein Wer Wird Heute Das Duell Machen Der Bornax Oder McPain McPain Ist Gelb Der Bornax Ist Blau Ich bin echt Gespannt Was Ihr So Tippt Alarmstiffe Rot Ja Die Remastered Version Ist Das Mond Schein Naja Ich hab damit Voll gerechnet Dass das Bei Den Ein Dauerduell Wird Damit Hab ich Gerechnet Ja Ich 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 Weiß Es Nicht Ich Muss Zugeben Ich Kann Das Heute Schlecht Abschätzen Bei den beiden Weil Ich Weiß Das Jetzt Jetzt Haben Sie Natürlich Nachteil Jetzt Die Karte Komplett Aufgedeckt Weil Ist Gerade Hoch Gange Und Dadurch Wird Ich Jetzt Gleich Ein Biss Heißer Wie Fett Die Wissen Jetzt Nämlich Beide Wo sie Komplett Aufgebaut Sind Was Mich Jetzt Ein Biss Wundert Ist Noch Die Haben Viel Zu Wenig Waffen Vergeben Drei 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 Ich Weiß Gar Nicht Ist Steckt Das Nur Bis Drei Ich Mein Glaub Ich Vier Geht Auch Noch Oder Fünf Ja Ich Kann Mir Vorstellen Das Mark Wieder Irgendwas Im Petto Aber Borny Auch Borny Hat Mich Damals Überrascht Dass Er Das Erste Mal Gegeneinander Gespielt Haben Dass Er Meine rechte Flanke Die Ich Leider Unberücksichtigt Hatte Mit Einheiten gekommen Ist Ja Ich Denke Auch Borny Ist Strategisch Ist Er Wirklich Da Jetzt Wird Er Schnell Die Brücke Kaputt Machen Damit Die Nicht Mal Rüberkommen Nicht Einhalten Ja Ja Jetzt Wollen Nur Noch Zurück Ziehen Und Schön Hat Er Die Andere Eingekesselt Da Kommen Wir Nämlich Auf Die Strategie Hin Die Hat Er Jetzt Wird Nämlich Zusehen Dass Er Will Nämlich Auch Er Will Mark Wird Von Den Ressourcen Abschneiden Das Ist Clever Weil Die Diamanten Bringen Natürlich Deutlich Mehr Mark Hat Nämlich Auch Nur Den Einen Sammler Gerade Zwei Sammler Drei Viert Ja Ich Denk Mal Bonnie Wird Hier Das Auch Dicht Machen Dann Hat Er Hier Später Ressourcen Problem Aber Massiv Wenn Er Sich Wenn Mark Nicht Irgendwo Anderes Bauer Baut Danke Fürs Teilen Und Danke Für Die Ganzen Likes Wunderbarer Support Ja Aber Mark Hat Tatsächlich Schon Den Nächsten Bau Hier Gebaut Ich Denk Weil Er Merkt Selber Das Wird Eng Hier Man Muss Mindestens Zwei Haben Also Zwei Aufgebaut Und Irgendwo Noch Eine In Pet Oh Da geht Es Und Los Tschüss Manu Danke Für Follower Achso Für Die Die Auf Tick Tock Zu Kauen Zu Kauen Zu Kauen Ich Kau Euch Gleich Ein Nein Die Die Auf Tick Tock Zuschauen Ihr Könnt Mich Auch Bei Twitch Jetzt Betrachten Beziehungsweise Das Spiel Das ist Da bin ich Jetzt auch Gerade Live Das ist In Besserer Qualität Als Bei TikTok Hey Dream Ich Ich spiele Nicht Ich übertrage Gerade Ein Turnierspiel Meiner Community Da Spielen Der McPain Und der Bornox Gerade Gegeneinander Und Das Wird Auf PC Gespielt Über Die Steam Version Das Ist Eine Remastered Also Auf Bearbeitete Version Die Von Der Grafik In HD Qualität Gezeigt Wird Lohnt Sich Und Gibt Es Sogar Auf Mac Danke Für Die Info Hat Jemand Vor Nach Gefragt Danke Da Weiß Ich Das Jetzt Auch Danke Dass Das Weißt Super Vor Hat Jemand Nach Gefragt Ob Das Tatsächlich Der Einfach Ja Es Ist Einer Der Best Klassiker Es Ist Erinnerung Kur Wirklich Was Haben Wir Alle Für Nachmittag Verbracht Aha Haben Sich Zwei Gefunden Oder Was Für Test Danke Für Follow Ja Das Wird Das Wird Lange Dauern Bei Also Da Bin Ich Mir Ziemlich Sicher Die Werden Das Richtig Spannend Machen Die Haben Noch Insgesamt Eine Stunde Zeit Noch Das Spiel Für Sich Zu Entscheiden Oder Eine Remis Daraus Zu Machen Eine Remis Gibt Es Tatsächlich Bei uns Auch Im Turnier Regularium Das Heißt Die Letzten Zehn Minuten Sprich Jetzt Lass Überlegen Um 22 23 10 Gebe Ich Dem Bescheid Dass Sie Noch 20 Minuten Haben Ich wollte 10 Minuten 20 Minuten Vorher Genau So war Das Sage ich Dem Bescheid Und dann Entweder Machen Sie sich Noch Platt Oder Sie Gehen Als Revie Raus Ach Takos Spielt Spielt Tatsächlich Auch Fantastiker Takos Kennt Ihr Euch Basti Danke Für Follow Ja Jetzt Gucken Wir Mal City Was Macht Borni Denn Der Bombt Ja Gar Nichts Habt ihr das Gesehen Ich Sags Euch Das Ist So Dass Die Sich Abgesprochen Haben Ein Abgekatertes Spiel Ja Ich Mein Ja Aber Guckt Doch Mal Eben Hin Was Macht Borni Ach Der Baut Gerade Nur Schiffe Deswegen Produziert Er Nichts Anderes Danke Für Die Rosen Ich Liebe Ja Daniel Best Game Einer Der Best Games Nicht Nicht Das Beste Aber Einer Meiner Favorites Definitiv Moin Didi Schön Dich Zusehen Ha Und Der Mark Fanclub Ist Auch Wieder Da Chris Ist Auch Wieder Drinnen Bei TikTok Schön Dich Zusehen Er Kann Sich Das Nicht Lieben Lassen Muss Mal Zuschauen Ich Weiß Ich Kenne Das Das Ist Einfach Na Mine Danke Dir Ich wünsche Ich wünsche Schöne Liebe Gute Nacht Schlaf Schön Rein Oha Der Boni Der Will Jetzt Für Die Schiffe Los Jetzt geht's Los Dedevi Was hast Du Verpasst Du bist Voll Das erste Match Hast du Zwischen Virus Und Chris Verpasst Da Konnte Ich Chris Durchsetzen War Echt Ein spannendes Spiel Und Jetzt Haben Wir Auch Wieder Ein spannendes Spiel Zwischen Mark Und Bornax So Der Kommt Nämlich Jetzt Von Rechts Hier Ich Mache Mal Die Map Hier Weg Damit Ihr Das Besser Sehen Könnt Der Bornax Der Schleicht Sich Nämlich Jetzt Nach Rechts Oben Lang Und Will Ihnen Gleich Zonder Geben Die Frage Ist Ja Tatsächlich Hat Er Den Hafen Hat er Wieder Verkauft Echt Jetzt Virus Hat er Sack Hafen Verkauft Wahrscheinlich Ich hab's Jetzt Nicht Direkt Gesehen Aber Ich Sehe Jetzt Auch Keinen Weiteren Hafen Mehr Was Ist Links In der Mitte Auf Der Insel An Der Diamanten Insel Da Ist Auch Irgendwas Oder Jaja Da Steht Da Nee Doch Nicht Ja Basti Folgendes Wann ich immer streame Wenn du Discord hast Also ich meine ganzen Streaming Termine Veröffentlich Immer nur im Discord Und hier Stelle ich Streaming Termine Erst an dem Teil Wo ich dann auch Scream Bei TikTok Daher Also wer mehr Informationen haben Will gerne bei mir Auf Discord joinen Da erfahrt ihr auch Mehr über meine Community Und ihr lernt Mehr Leute Noch kennen Ist Lohnswert Da reinzukommen Sind Viele Nette Leute Kann ich Euch Empfehlen Und Darin Findet ihr Auch Denn halt Meine Events Sozusagen Die ich Veröffentliche Mehrmals Die Woche Aber Immer An Unterschiedlichen Tagen Ja Sobald Das Mit Der Regierung Abgesprochen Ist Das Kennt ihr Bestimmt Ja Stimmt Ja Ja Fantastisch Hast recht Das Kann sein Ich Kann mich Erinnern Dass er Die Schiffe Daneben Hatte Baut Und Ne Krono Oh Ob er Ob er Das Macht Aber Und Denn Er muss Ihn nur Richtig Einsetzen Er Er Nur Richtig Einsetzen Genau Das Ist Es Eieiei Nein Takos Auf Keinen Fall Nicht Nur Profis Das Ist Also Wenn Ihr Profis Seid Dann Ist Das Für Euch Angenehm Leicht Wir Das Ist Eine Fun Community Die Ich Hier Gerade Aus Boden Gestampft Hab Die Letzten Wochen Da Geht Es Einfach Nur Spaß Dass Wir Nette Unterhaltung Haben Spaß Zusammenspielen Uns Kennen Und Bei mir Gibt es Auch Keine Werbung Keine Richtig Festen Regeln Sondern Menschlichkeit Ist Bei Uns Einfach Gefragt Wirklich Menschlichkeit Ehrlichkeit Und Vertrauen Nichts Anderes Und Es Sind Auch Viele Sehr Viele Gelegenheitsspieler Bei Uns Also Wirklich Sehr Sehr Viele Wir Haben Ja Viele Berufstätige Eltern Hier Bei Dann Wir Auch Rücksicht Immer Bei Turnieren Unverspielen Also Es Ist Völlig Gesellschaftlich Ich sag Ja Das Wört Ihr Kennt Ihr So In der Art Und Form Nicht Wie Das Bei Uns Ist Daher Kann Ich Euch Empfehlen Schaut Euch Es An Kommt Einfach Rein Schmack Mit Uns Lernt Uns Einfach Kennen Hier Der Boni Der Wird Jetzt Erst Mal Auf Sammler Aktion Gehen Klatsch Hast Was Gehört Wie Wenn Er Rüberfährt Wie Das Wusste ich Gar Nicht Dass Das Richtig So Zartes Geräusch Macht Wenn Er Rüberfährt Das Knacken Tarkos Dann seid Ihr Perfekt Bei Uns Aufgehoben Und Fantastik Dann seid Ihr Echt Perfekt Bei Uns Aufgehoben Wir Haben Viele Gelegenheitsspieler Hier Geht Es Einfach Um Spaß Herzensspieler Genau Das Ist Bei Uns Auch Der Fall Leidenschaftlich Das Wirst Auch Über Bei Mir Lesen Das Leidenschaftliches Game Das Knacken Ja Aber Ich wusste Nicht Dass Es So Splashig Anhört Also So Best Ach Für Die TikToker Die Zuschauen Ihr Findet Mich Auch Auf Twitch Und YouTube Und Wenn Ihr Mehr Lesen Wollt Kommt Auf den Discord Den Link Findet Ihr In der Bio Jemals Bei Twitch Und TikTok Muss Ich Leider Öfter Mal Wiederholen Weil Einige Denn Nach Drei Vier Lives Nochmal Hier Reinkommen Und Fragen Su Wo Finde Ich Wie Komme Ich Dann Nochmal An Eure Community Ran Ich Sag Es Nochmal Gerne In meiner Bio Findet Ihr Den Link Ja Wegen Jugendschutz Ich Denke Genau Danke Daniel Für Die Info Spannend Boni Hat Eigentlich Alles Der Könnte Richtig Gas Geben Ich Wundere Mich Gerade Marc Behooptet Sich Gerade So Ein Bisschen Wenn Mal Auf Karte Sie Sie st du Zugreifen Ja Marc Könnte Jetzt Tatsächlich Zugreifen Also Von Ja Was hat Marc Gerade Unten Gebaut Da Kam Nochmal Links 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 Und Kam Da Nochmal Ein MBF Raus Echt Ich Meins Kurz Gesehen Zu Haben Aber Ich Bin Mir Nicht Sicher Ich Sehe Den Auf Vakade Nicht Meine Bio Tiktok Ach Das ist So Ja Basti Danke Fürs Zuschauen Ich wünsche Schönen Abend Schlaf Gut Hab Noch Einen Schönen Abend Ich hoffe Wir sehen Und Sprechen Uns Jetzt Auch Mal Das Wäre Aber Richtig Toll Knochen Knacken Ja Das Kann Sein Ja Fantastik Da hast Du Tatsächlich Recht Dosen Quetschen Ja Ist ja Wieder Wahnsinn Ist ja Wieder Richtig Was Los Heute Auf Tiktok Auf Twitch Wir Haben Heute Wir Waren Tatsächlich Virus Wir Waren Teil Weisen Schon Bei Knapp 150 Zuschauern Heute Wieder Ja Steigert Sich Wieder Ja Sehr Schön Ja Es kommt Bei Wochenende Spiel Genau Aber Trotzdem Hängen Sie Alle Vorm Handy Ja Das Soll Mir Recht Sein Guckt Zu Das Ist Richtig Das Macht Spaß Mensch Danke Für Follow Danke Sehr Sehr Dollen Anfängern Und Trotzdem Haben Sie Mega Viel Spaß Zusammen Danke bei TikTok auch noch weiter, weil es halt wirklich viele gibt, die abends einfach nur entspannt auf ein Handy gucken, statt auf ein PC. Der Herr wird dem bei TikTok immer noch weiter live sehen. Das Spiel ist immer noch. Es ist halt sehr lang gezogen, aber es ist halt spannend, weil man merkt gerade, dass der Mark den Borny jetzt ein bisschen zurückdrängt und mich wundert, dass Borny noch relativ passiv produziert, aber es liegt daran, weil er kaum Geld umwandt hat. Er muss erst mal wieder er kann auch nirgendwo kaum noch bauen. Oh, Borny. Oh, Borny. Dein Hof. Marcel, danke für Fallow. Oh, oh. Jetzt kam irgendwo noch ein Krono. Rechts, oder? Ja, ist bei mir noch nicht drin. Bei der Karte. Kam da noch ein Krono? Nee, bei mir nicht. Irgendwo kam aber noch ein Krono. Ja, das ist halt immer so, wenn du Erzwechsel schnell drin hast, dann hast du manchmal gar keine Zeit irgendwie, äh, oder so schnell kannst du gar nicht sammeln, wie das Erz wieder kommt. Ja, aber Borny geht auf links. Borny baut sich links wieder auf. Der baut sich... Anachie, danke für den Follow. Aber fantastic. Und Atakos, geil, dass sich zwei hier gefunden haben. Habt ihr euch... Habt ihr gegenseitig geteilt hier, dass das... Oder habt ihr euch zufällig hier getroffen? Das wüsste ich echt gerne. Wenn das jetzt ein Zufall gewesen ist, dann... Mega. Harry! Wie geil ist das denn mit dir? Was meinst du? Das Spiel an sich? Ja, es ist geil. Ach, ja, danke für das Teilen. Fantastic. Aber gut, dass ihr ihn privat kennt. Ah, das schauen wir mal hier. Der Marco wird jetzt rechts noch mal ein paar Seeeinheiten bauen. Am Rand da zu bauen, den Hafen, das ist natürlich aber schwierig. Da kommt man natürlich immer durch. Harry, danke für den Follow. Ja, eine Erinnerung pur. Genau das ist das, was ich ja vorhabe. Es gibt so viele Leute, die das gespielt haben, diese Spiele, und einfach mal wieder geflashbackt werden müssen, um zu sehen, was gibt es eigentlich noch für geile Sachen. Und die sind alle Spielbub. Ach, ja. Jurise, ich spiele nicht. Ich spiele nicht. Ich moderiere ein Turnierspiel von uns zwischen Mark und den Bornax. Danke für den Follow, die Überlegung. Und dir auch, Simtex. Danke, danke. Wenn ich jetzt gespielt hätte, glaub mir, ich hätte anders gespielt, als das, was hier abgeht. Ah, Daniel. Das, was du spielst, wirst du bei uns alles an Spieler finden. Ich zocke, Anno, Cesar, Hitler spiele ich auch. Alles. Das sind alles Sachen, die bei uns gezockt werden. Wir haben zum Beispiel gestern, haben wir, das war nicht vorgestern, ne? Wann haben wir das Anno live gemacht? Oh, der hat den Mepp-Panzer reingehauen. Gestern und vorgestern. Nein, der Mepp-Panzer. Oh, die Base ist gleich tot. Oh nein, tot. Bam. Da hat er ihn aber eingegeben, die ganze Base mal eben zerstört. Ah ja, das ist so mit Mepp-Panzern echt immer, echt strange, so. Wenn man die richtig einsetzt und das hat er geschafft hier, kannst du mal eben mit den Mepp-Panzern die ganze Base zerstören. Das ist, das ist Wahnsinn. Ähm, Stefan, ja, bei Steam, genau, bei Steam kannst du das Spiel finden. Ja, genau, wir haben Anno am Mittwoch gestreamt. Das war aber auch mega, ey. Haben auch mit sechs Leuten Anno gestreamt und da sind so viele reingekommen. Unglaublich. ich sag ja, für Anno hast du ja auch nur Online-Community. Äh, also sprich, die meisten machen Zufällsspiele, aber so eine richtig feste Community, die auch mal nicht nur Anno spielt, auch mal andere Spiele, findest du kaum richtig. Ja, Game-Mover, ich weiß es nicht. Borny gibt nicht auf. Borny hat hier auch noch, ne? Er hat noch links die Base. Ähm, gut, die Einheiten berücksichtigen, wie immer noch, aber der Bauhof steht hier halt auch noch. Also er hat beschleunigt das Baupensum jetzt. Wir werden natürlich ganz schnell die Reperto-Fälle gleich nachbauen, sonst hat er nämlich ein Problem. Ah, der Bau, und die bohrt sich hier wieder, äh, bohrt, bohrt, ne, baut sich hier wieder auf. Ja, der hat ja noch einen Ass im Ärmel. Naja. Sein, 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 äh, Transporter hier. Den hat er immer. Den hat er immer, ja. Den hätte ich vorhin auch zum Fass gehabt. Ja, schade. Aber nicht schlecht, der Borny sieht dazu, dass er hier gleich wieder aufbaut. Der baut hier gleich wieder auf, ich kenn ihn. deckt so schnell nicht auf. Yeah. Was mich ja auch immer sehr wundert, ne, dass ganz viele wenig auf Verteidigung setzen. Warum ich immer so extrem lange auch alleine gegen viele überlebe, liegt aber daran, dass ich auch Verteidigung aufbaue. Die meisten bauen es nicht. Äh, Chris hat's vorhin auch gesagt, er hatte gar keine. Also, wo er mich angegriffen hatte, um, hätte ich zum Gegenanzug gesetzt, ich hätt's noch, äh, rumreißen können, aber ich wusste nicht, wie viel er, äh, sag ich jetzt mal noch, äh, an, an Leuten da hatten. Deswegen hab ich dann, hab ich gezögert, ja. Ja, das weiß man ja aber auch, äh, leider ja nicht immer, ne. Das ist ja das gute. Marc spielt zum Beispiel auch eine ganz andere Taktik wie sonst. Äh, der, normalerweise zieht er sein MBF nicht ganz weit nach vorne. Das hat er gleich zu Anfangs gemacht. Ja, Fatih, gerne, bitte sehr, schaut zu. Das ist gar ein Turnierspiel, was ich übertrage von meiner Community. Da spielen zwei meiner Community-Mitglieder, der Marc und der Bornax, das sind auch schon mittlerweile Stand-Community-Mitglieder bei mir die letzten Wochen geworden. Die spielen jetzt in unserem selbstgemachten Turnier gerade gegeneinander. Danke für den Verlauf. Danke, danke, danke. Ja, lang, lang ist her. Von mir auch. Und dieses Jahr hab ich wieder damit angefangen. Und gesagt, ich muss das remit. Ich muss den Leuten da draußen zeigen, dass ich, dass wir einfach zu geil auf CNC sind und dass es noch zu viele Leute gibt, die das nicht wissen, dass das wieder ein Remake vorhanden ist. Naja, der, der Marc geht jetzt ein bisschen in die Offensive. Er kesselt ihn langsam ein. Ronny hat noch, noch eine Chance, einen Hafen zu bauen. Naja, kann das oder so überall hier. Aber er kann dann leider nicht den, den MBF drauf fahren. Nur noch auf der einen Stelle. Oh, richtig gut. Spannendes Spiel heute. Das muss man sagen, oder Virus? Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube immer noch, dass sie eine Abmachung haben. 20 Minuten haben sie noch. Dann beginnt die Endzeit. Guck mal, da. Der Marc ist positioniert hier. Danke für die ganzen Likes. Mensch, ich muss echt sagen, ihr habt einen mega geilen Support, den ihr leistet in den letzten Wochen. Hammer, ey. So viele Menschen, die sich hier einreihen in unserer Community. Richtig toll. Das freut mich. Freut mich, dass die Menschen Spaß haben. hier, der Marc, der hat der nicht auch Krono? Ja, der geht gleich mit den nächsten Map-Panzer rein. Deswegen sage ich, ich glaube, die haben sich vorhin ausgetauscht, dass jeder hier alles hat. Ja, das haben sie jetzt. Das war abgesprochen, das hast du gesehen. Danke für den Follow. Das ist das, was ich meinte, links jetzt, da, wo das Schiff vom Markt steht, also die Fregatte. Das macht er jetzt bewusst, damit er nicht wieder mit dem MBF abhauen kann. Er engt ihn auch da ein bisschen ein jetzt, aber ich glaube, Bordi wird da gleich hinfahren. Oder nicht? Nein, er baut jetzt nur die kleinen Panzerchen. Nee, ich glaube, das kriegt er gar nicht mit, wenn ein so ein Schiff immer wieder mal kommt, glaube ich nicht. Naja, das stimmt. Guck mal da. Da setzt er sich hin. Marc macht sich rechts einfach so richtig schön breit, ne? Beansprüft er das für sich? Ja, der Platz hat er jetzt in dem Fall dort das ganze Erz weggenommen. Ja, siehst du, da kommt er mit Chronopanzer links, links oben. Nee, nee. Jetzt ist die Frage, ob er noch irgendwo was hat. Nee, jetzt wird Bordi jetzt die Ehre machen. Er wird jetzt nochmal richtig mit allem reinrushen und die Gewinner machen. Pass auf. Ah, das war aber spannend. Das war echt ein langes Spiel, muss man sagen. Es war auch sehr, sehr spannend. Ich muss ja auch zugeben, dass sich das zwischendurch ja eigentlich eher ein Phantasmornax als Rennen macht. Damit habe ich ja mehr gerechnet. Oh, dieses... Jawoll. Da haben wir... Ich glaube, da hat jetzt Mark den Sack zugemacht. Und ich glaube, Mark ist mit den Spielen durch, ne? Ich glaube, Mark ist so durchsack. Ich glaube, ja. Er ist als einziger schon mit den Turnierspielen durch und ist, äh, schon mal... Nee, Chris auch. Chris ist jetzt auch durch. Chris ist durch, Mark ist durch. Dann sind sie beide schon mal im Achtelfinale. Oh, nee, im Viertelfinale war das. Nee, das ist im Viertel-Halbfinale. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe gar nicht auf den Spielklang geguckt. Der Fanclub richtig wie er was... Äh, Chris. Ja, das Spiel ist gelaufen. Jetzt geht es wieder nur... Ich habe das vergessen, dir zu sagen, dass ich es ausstellen soll. Das ist auch die letzte Einheit. Ähm. Das wird jetzt auch gleich sehr wahrscheinlich angezeigt, dass das Spiel jetzt erledigt ist. Weil ich sehe jetzt von... Guck mal, soll ich ein Bauhof sein. Ja, aber manchmal ist Borny auch, trotz des, dass er sowas abzieht, äh, hat er immer noch einen Ass, ne? Ja, abgeschlossen. Sehr schön. Eieiei. Jetzt gehen wir mal gleich zu den anderen rüber und hören uns das mal an, was sie da zu sagen haben. Ich mache mal zwischendurch mal leckere Musik an. Damit wir auch nette Unterhaltung haben. Und dann gucken wir mal, was die so sagen und hören sie das mal an. Kann ich aber vorab eine Frage gleich stellen? Bevor, bevor die dann irgendwas sagen oder du? Ja, ja. Ich würde gerne wissen, ob das ein abgekatertes Spiel war. Ja, ja, das kannst du machen. Alles klar. Schieb uns mal rüber und dann geht es mal los ins Interviewing. Ja. Ja. So. Jetzt kannst du... Jetzt herzlichen Glückwunsch. Aber es war ein abgekatertes Spiel von euch. Ihr habt euch abgesprochen, oder? Ja, wenn gesagt, dass es ein bisschen actionreicher wird, dass wir da uns die Bauhöfe ein bisschen zuschieben. Guck, ich wusste es. Ja. Mach dir keinen Spaß. Mixi, danke für dein Follow. Ah. Ja, das war abgekatert. Wir haben uns auch gedacht, guck dir das nochmal an. Der zieht seinen Bauhof da jetzt an den ganzen Einheiten links weg, der andere rechts. Ich sag, ja, wir wollen uns jetzt veräppeln. Echt doch. Ich hab schon kurz zwischendurch spekuliert, ob ihr vielleicht das längste Spiel machen wollt und deswegen... Ja, da haben wir tatsächlich spekuliert. Richtig gut. War ein tolles Spiel. Marc, du bist jetzt auch durch mit den Turnieren, also mit der Vorrunde, so wie Chris. Das heißt, ihr kommt schon mal in den Lostopf für die nächsten Runden. Für die, die alle jetzt zugeschaut haben bei Twitch und bei TikTok, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei unseren siebten und achten Turnierspielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns auf der Community mal vorbeischaut, ansonsten gerne auch mal wieder in Stream reinschaut. Mehr erfahren könnt ihr natürlich bei uns in der Community auf dem DC-Server auch für Spiele-Termine. Ihr könnt auch gerne mitspielen, es ist keine geschlossene Gesellschaft. Lasst ruhig ein Follow da, lasst ein paar Likes da. Ich lasse euch jetzt gleich noch ein bisschen Musik hier, so für ein paar Minuten, bevor ich den Stream beende, denn ich werde jetzt den Stream gleich sonst nämlich danach noch dicht machen nach fünf Minuten. Ich lasse noch mal hellmatsch ein bisschen durchlaufen. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Ich werde mal eben ganz kurz die Zaun umstellen für euch. Danke fürs Zuschauen. Und da,